Kine ist Freundschaft, Freundschaft und Freundschaft. Patrick Burgmeier, der Burgi, ist unser Schlagzeuger. Er ist immer der Leutist. Und er ist der Eugen. Patrick, wenn er morgen aufsteigt, hat er den Rhythmus schon im Blut. Und wenn er am Abend ins Becken hat, hat er ihn auch im Blut. Ich versuche, Vertaktebets anzugehen in unserer Band. Wenn wir mal etwas machen, geht es meistens über mich. Der Welt ist der Simon Gabotoler. Er ist unser Bassist. Und er ist der ruhige von der Band. Die Ruhe selbst. Ich nenne ihn immer der Analyst. Vor allem bringt er ab und zu mal einen sogenannten Satan. Der Simon Schädler. Timmy. Er ist unser Rhythmusgitarrist. Er ist die gute Seele. Und er ist unser Grafiker. Ich weiss gar nicht, was ich bin. Ich weiss nicht, was ich für eine Rolle spiele in dieser Band. Er ist unser herziger Junge. Der ist dort in unserer Band. Das Auge für die Schönheit, oder? Der Markus Büchel. Der Böhl. Er ist unser Liedgitarrist. Und er ist der, der immer zu wenig Zeit hat. Er ist ein sehr geradliniger Typ. Ein toller Mensch, muss ich sagen. Also wirklich ganz ehrlich. Der Markus ist der, der meist an Müll erzählt. Und ich bin Manuel. Manu, ich bin der Liedsänger. Und ich bin der, der alle nervt. Unangefochtener Bandleader ist und Songwriter. Er komponiert alle Songs von A bis Z. Alles schön durchplant und vorbereitet. Und ist auch der, der das ganze Bett zusammenhaltet. Ja, wir halten uns eigentlich immer ganz genau dran, was er sagt. att.